Hey, hey, ihr Lieben, ihr vererdet, einen wunderschönen Tag. Heute nehme ich mal wieder mit dem Blue Yeti Brow auf. Ich musste das andere zurückschicken, weil ich das Gefühl hatte, das hat viel zu sehr grauscht. Ihr könnt mir sagen, wie ihr die Tonqualität jetzt findet. Schreibt es mir in die Kommentare und ja, wie ihr schon im Titel gelesen habt. Ich weiß, ich bin ein bisschen late, aber das Ding ist, ich habe halt super lange drauf gewartet, dass die normale Switch wieder rauskommt, damit ich die kaufen kann. Aber als ich die letztens das erste Mal im Laden in der Hand hatte, hatte ich irgendwie kein gutes Gefühl. Ich fand, die hat sich so ein bisschen billig angefühlt, weil das so drei Teile sind. Und das hat mir einfach nicht gefallen, wie die in der Hand sitzt. Ich glaube, ich muss mein Licht, ähm, so ist eigentlich ganz gut, aber naja. Ähm, ich habe die in dieser Variante gekauft. Ähm, das ist die Farbe Lachs. Ich halte die Wünsche rum. Und selbstverständlich habe ich dazu auch als erstes Spiel Animal Crossing gekauft. Und wir werden das gleich zusammen das erste Mal spielen. Ich war früher ein riesen Animal Crossing-Fan. So wie wahrscheinlich viele von euch. Das ist so ein Spiel, ähm, das sind Erinnerungen eigentlich. Und deswegen konnte ich mir das nicht entgehen lassen. Die ist gar nicht so klein, wie ich dachte. Ich muss sagen, ich habe die heute das erste Mal in der Hand. Und die fühlt sich ziemlich gut an. Und ich finde, für mich persönlich ist das, glaube ich, auch die beste Größe. Weil die normale ist einfach viel zu groß. Mir gefällt irgendwie, wie das Licht nicht voller sein wird. Egal. Okay. Wie, wie, wie. Jetzt nochmal den Finish. Ich lese mir jetzt nicht die Bedienungsanleitung durch. Ich starte die einfach mal. Mal gucken, was passiert. Okay. Okay, man muss die erst mal auf jeden Fall einstellen, welche Sprache ich hatte. Ich glaube, ich stelle die erst mal ein und dann komme ich zurück. Und, ähm, genau, packe noch Animal Crossing aus. Okay, ich füge jetzt einen neuen Nutzer hinzu. Und ich kann mir ein Bild aussuchen. Ich zeige euch, dass man kurz was für Bilder gibt. Heute zur Auswahl, ähm, Tom Nook, ähm, paar andere noch von Animal Crossing, Zelda. Ich glaube, ich nehme das hier, meinen Spitznamen, Tori. Ich kann ja auch, ähm, paar andere noch von, ähm, paar andere noch von Animal Crossing. Ich kann ja auch tippen. Okay. Ich kann ja auch tippen. Ich schreibe mir das mal. Ich, ich könnte euch nicht vorstellen, wie lange ich das schon spielen will. Aber, ähm, wie gesagt, ich habe immer gewartet, dass die normale Switch rauskommt. Aber jetzt dachte ich mir so, nee, die will ich nicht mehr. Sorry, weil ich gerade ein bisschen dunkel bin. Ich kann ja auch. Da ist das gute Spiel. Okay, wir müssen erstmal ein kleines Update machen. Ich glaube, ich kann mich am besten so seitlich hinstellen. Da ist schon mal die kleine Insel. Ich habe wirklich keine Ahnung, was gleich kommen wird. Ich habe nur gesehen, dass man sich gleich erstmal einen Charakter aussuchen muss. Ich mache das immer ein bisschen leiser. Ja, so, guten Abend, dritt näher. Noah, keine Scheu. Herzlichen Glückwunsch, du hast alles richtig gemacht. Ich hoffe, ihr könnt sie tanzen. Wer von euch ließ sich das auch nie durch? Okay, wir haben jetzt die Position kurz gewechselt. Ich stehe hier so. Ja, das ist mein kaputte Tag, da bin ich mir sicher. Oh, meinen die das ernst? Ich glaube, die wollen jetzt wirklich, dass ich ein Foto von mir schieße. Ah, nee, alles gut. Jetzt kann ich meinen Charakter gestalten. Ja, das sieht gut aus. Okay, ähm, ich glaube, das sind alle Frisuren. Ähm, echt? Boah, ich weiß nicht, ich finde die alle nicht gut. Ähm, ich weiß nicht, welche würdet ihr nehmen? Ähm, ich glaube, ich nehme einfach die hier, weil, keine Ahnung, besonders gut sind die nicht alle. Oh, das ist cool. Ähm, ja, komm, nehmen wir so einen dunkelbraun. Por que no? Alles in Ordnung so, äh, nein, 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 nein. Es gibt ja noch mehr Augen. Und da gibt es aber viel Auswahl. Kann man den später eigentlich noch ändern, den Charakter, oder? Hm, das sind so Augen. Ähm, wenn du zu viel Fernsehen schaust, wo kommst du eckige Augen? So, welche sind das? Die finde ich ganz cool, aber vielleicht in braun oder dunkel. Puh. Ja, ich weiß, ihr könnt schon die Nachbarn draußen hören, das ist einfach immer so. Oh, ich weiß auch nicht, was die sich denken, aber, komm, nehmen wir dich hier. Leute, habt ihr das, ähm, ups, habt ihr das auch, dass wenn ihr, ähm, irgendwas erstellen müsst, dass ihr da einfach unglaublich lange an einer Sache sitzt? Ja, okay. Oh ja, auf jeden Fall Plasch, ich liebe Plasch. Ja. Das war's dann für dich sagen, oder? Los geht's. Okay. Sehr schön. Ja, ich bin schon abgeliebt. Nordhalbkugel und Südhalbkugel, ich hab jetzt keine Ahnung, was das ist. Ach so, wer setzt genau andersrum? Nee, eigentlich nicht. Ähm, Europa. Alles klar. Danke. Okay. Jo. Alles gut. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich eine Form aussuchen. Oh, ich hab keine Ahnung. Hm. Ich weiß gar nicht, was würdet ihr nehmen? Das ist eigentlich ganz cool, weil dann kann man, ähm, dann hat man so eine Insel in der Mitte, aber dann muss man da immer rüberhüpfen. Aber das könnte gut aussehen, deswegen nehm ich mal, ja, komm, nehmen wir das hier. Ja. Ja, ja. Würde ich so feine Insel mitnehmen? Mitnehmen. Ein Schlafsack, eine Lampe, was zum Essen, etwas zum Zeitvertreib. Pfff. Ähm, was zum Essen. Pfff. Ähm. Pfff. 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 Heuer. Jetzt gehts los, oder? Pfff. Pfff. Leute, das ist für alle, die auch eine Switch haben und vorher eine ganz normale Nintendo hatten. Ich finde, das ist einfach, das sind Welten, die dazwischen liegen. Das sind Welten, die dazwischen liegen von der Qualität einfach. Ist natürlich auch verständlich, aber... Ja. Oh, wie schön. So würde ich gerne aussehen. Warum kann ich nicht? Man kann das doch später ändern oder die Haare und sowas. Ich glaube schon. Ich hätte gerne pinke Haare. Ich glaube Winter und Frühling sind so die besten Jahreszeiten bei Animal Crossing. Bei Sommer ist es vielleicht ein bisschen langweilig. Oh, wie cool. Boah, krass. Ich bin echt gespannt. Okay, jetzt geht's wohl los. Da bin ich. Info-Veranstaltung. Oh mein Gott. Das erinnert mich an Schule. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mir das alles durchzulesen und nicht immer weiter zu skippen. Okay, einfach folgen, gut. Wow. Das fühlt sich so komisch an. Okay. Jetzt seht ihr die Info-Veranstaltung. Denke ich mal. Oh, der Kleine ist ja mega süß. Guckt euch den Kleinen an. Den da. Und den. Das sind wahrscheinlich seine Kinder. Okay, was machen wir jetzt hier? Gut. Samson. Torika. Super. Ja, wir sind alle da. Ausgezeichnet. Ja, ja. Dann mal zur Sache. Ich begrüße euch auf dieser Insel. Ich bin Tom Nook, Gründer und Geschäftsführer von Nook Incorporating. Tipps für Nook. Heute fängt euer neues Leben auf dieser noch etwas leeren Insel an. Was ein Abenteuer. By the way, Leute, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr Lust habt, dass ich in der Zukunft am Meer diese Spiel spiele mit euch. Okay. Ja, mache ich gleich. Ich wollte erst mal, okay, bei Nepp oder Schlepp dein Zelt abzuholen. Wo ist das denn? Nepp oder Schlepp. Wahrscheinlich hier. Dankeschön, Nepp. Okay. Okay, wo soll denn jetzt mein Zelt denn? Leute, ich glaube, ich beende das Video hier an dieser Stelle, weil ich jetzt gleich mich selber damit erstmal befassen muss. Aber, wie gesagt, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr mehr so welche Videos sehen möchtet. Und ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao, ihr Lieben. Ciao, ihr Lieben. Vielen Dank.